So meine lieben Freunde, lass es geschehen YouTube, herzlich willkommen. Heute sind wir hier, weil ich danke sagen will, dass ihr dieses neue System, was wir machen, also dieses neue Dings bei YouTube da, Road to Glory, so gut aufgenommen habt. Jetzt kommt in den nächsten Zeiten auch noch Road to Glory Joust dazu, dass man da auch Diamond und so werden kann, ganz locker, auch wie in Conquest. In Conquest ist es nur ein bisschen schwieriger. Ja, ich kann euch auch erklären, warum es in Conquest etwas schwieriger ist, als in Joust auf Diamond zu kommen. Der Grund liegt daran, wenn man durchweg zwei gute Spieler hat in dem Team, das bin ich und Bela mir, und drei, die so mittelmaß sind, dann ist es sehr, sehr, oder Leute, die halt teilweise auch AFK gehen mitten im Spiel, das hatten wir ja alle schon in Road to Glory, das habt ihr ja gesehen. Die meisten Spiele haben wir ja nur durch Extremfeeding und AFKler verloren. Was anderes war das ja gar nicht, weil wenn du dann so eine Midlane hast, die halt fünf Level voraus ist, kann man dann halt wenig machen. Aber darum geht es nicht. Es geht halt einfach darum, dass Joust etwas einfacher ist, weil da bin ich und Bela mir halt drinnen zusammen. Und wenn wir dann einen Random haben, der scheiße ist oder AFK geht oder feedet, kann man das Spiel trotzdem noch carryen. Es geht definitiv leichter zu carryen, als wenn man Conquest spielt, weil du hast halt zu zweit gegen fünf Leute, die auf dich einprügeln, weniger Chancen, weil du auch dein Item-Build dementsprechend anpassen musst und du brauchst halt auch noch eine gewisse Art an Schaden und an Defense. Und das geht halt alles in Conquest nicht auf einmal. Da bist du halt mehr auf dein Team angewiesen, als in Joust. Das ist der einzige Grund. Und du musst ja trotzdem gut sein, um im Joust Diamond zu werden. Also es ist ja nicht so, dass man da jetzt gar keinen Skill braucht und da locker hinkommt, aber das ist wieder eine andere Geschichte. So, Conquest und Joust, Road to Glory kommt, also wird weitergehen jetzt. Erstmal sind jetzt die bis dritten zehnten, ne bis dritten neunten, dritten achten, fick dich. Dritter achter 2016 sind die ersten, sind die ersten Videos. Die ersten Videos sind fertig, genau. Smite, Road to Glory ist schon alles hochgeladen. Von Conquest bis dritten achten, dritten achten geht das. Dritten ersten, was rede ich da? Bis zum dritten achten geht das, jetzt August. Dann wird es, glaube ich, erstmal so machen, dass wir die ersten zehn Joust, Joust, Road to Glory dann hochladen. Und dann fangen wir langsam an weiterzumachen mit Conquest wieder. Da machen wir das so, dass wir irgendwie fünf Conquest Rankeds machen und dann fünf Joust Rankeds. Dass das immer so ein bisschen so ein Mischding ist. Aber man erkennt Joust, Road to Glory und Conquest, Road to Glory. In Conquest gibt es einen roten Blitz in der Mitte vom Thumbnail. Hinten am Ende des Videos steht auch nochmal Conquest dran. Und bei Joust, Road to Glory ist halt ein gelber Blitz in der Mitte. So, und dann wollte ich erstmal Danke sagen, dass die Resonanz so gut ist. Bei Smite durchweg viele Zuschauer, viele Views, was mich glücklich macht. Weil bei 6300 Views ist immer noch wenig. Aber ich sag mir mal, besser als gar nichts. So, und dass auch viele Kommentare geschrieben werden und die Daumen hoch werden teilweise echt ein bisschen misshandelt. Also vergessen. Das ist schade. Aber ich hab auch keine Lust, da immer die Leute dran zu ändern. Entweder die wollen von Herzen selbst so supporten und drücken den Daumen nach oben. Oder sie lassen es halt bleiben. Das ist mir dann auch im Ende relativ egal. Mir fällt es nur halt immer ein bisschen wieder auf. Weil, dass ich hier spiele und das aufnehme und meine Zeit dafür verschwende. Oder nicht verschwende. Hört sich auch immer so an. Dass ich meine Zeit dafür nutze, um euch dann so ein bisschen was zu liefern. Ist halt auch ein bisschen schade, dass man dann so wenig Resonanz kriegt. Aber, mir macht es Spaß. Deswegen tue ich das. Andere Let's Plays mache ich nicht so gerne. Ich hab auch gehört, Leute wollten irgendwie GTA sehen. Aber auf GTA habe ich halt dezent keinen Bock, das zu Let's Playen. Weil ich weiß genau, das Let's Play ist extrem lange. Erstmal das. Das Zweite ist, ich würde vielleicht 10, 20 Aufrufe bekommen. Und dafür lohnt sich die Arbeit nicht. Dann mache ich lieber ein Smite-Video. Und da weiß ich, da kriege ich definitiv so meine 200 bis 300 Views drauf. Das lohnt sich für mich dann selber auch mehr. Weil, wenn ich GTA spiele, dann spiele ich da eine halbe Stunde. Mach da so eine Mission. Und dann lade ich das hoch und hab da dann 10 Aufrufe. Dann habe ich, das ist, für mich ist das dann Zeitverschwendung. Weil in der halben Stunde könnte ich mir zum Beispiel ein Knödeln. Oder irgendwas anderes machen halt. Mit rausgehen, irgendwelche... Einfach irgendwas machen, was sinnvoller wäre, als hier zu sitzen zu Hause und ein Video aufzunehmen. Versteht ihr, was ich meine? Ich hoffe, ihr seid mir da nicht sauer, böse. Wenn doch, mir auch egal. Aber ich meine halt nur, ne? Jeder hat dann seine Meinung. Ich wollte trotzdem erstmal Danke sagen für die Resonanz. So, und das war es jetzt eigentlich schon. Jetzt kommt nur nochmal was ganz Witziges. Also, wer jetzt noch dranbleiben will und sich das anhören will, der hat auf jeden Fall gut was zu lachen. Es geht um einen Hi-Res-Brief, den wir gekriegt haben. Also nicht ich, sondern Belamir. Belamir und ich steckten ja bei Joust, wisst ihr ja, sind wir ja in diesem TP-System. Es gibt ja dieses TP-System, dass man ein TP bekommt pro Win, ne? Und irgendwie 23 verliert für einen Looser. Das haben ja ganz, ganz viele. Und Belamir hat sich jetzt mal die Arbeit gemacht und hat mal Hi-Res, den Support, den deutschen Support, aber muss ich noch dazu sagen, der deutsche Support, hat den deutschen Support angeschrieben. Und ganz witzig, was dabei rausgekommen ist, so, dass die Leute halt teilweise überhaupt gar keine Ahnung haben, was in dem Spiel überhaupt abgeht, glaube ich, bei den deutschen Supports. Oder die deutsche Community hat, glaube ich, überhaupt null Ahnung, was so ins Mind irgendwie läuft. Und das Geilste ist, er hat halt, Belamir hat halt geschrieben, so in kurzen Worten so, ja, Spiel Ranked Joust. Ich kürze das jetzt ein bisschen ab. Ich kriege für einen Win ein TP-Plus und für einen Loose minus 23. Und ob ich zu zweit alleine oder zu dritt spiele, ich kriege immer nur ein TP. So, jetzt kommt die geilste Antwort von Hi-Res, weil er hat ja geschrieben, das ist ein Bug. So ein Bug sein. Ich habe ja auch von einer anderen Person gehört, dass das wirklich mit dem ein TP ein Bug ist. Weil das TP-System, glaube ich, nicht soll so sein, dass man für einen Win nur ein TP kriegt und für einen Loose nur 24 verliert. So, das ist Bullshit. Das ist kein TP-System, das ist einfach ein Bug. Das kann so nicht richtig sein. So, und jetzt antwortet der Hi-Res-Mitarbeiter, der deutsche Hi-Res-Mitarbeiter, antwortet so. Das Problem hierbei, wie du in dieser Runde, äh, das Problem hierbei, wie du in diesen Runden spielst und welches Team, und in welchem Team du bist, schreibt er. Wenn du also nur ein TP erhältst, aber 24 verlierst, jetzt kommt's, jetzt kommt das Beste. Dann ist deine Performance im Vergleich zu den anderen Spielern nicht ganz so gut. Was? Eine Performance ist im Vergleich zu den anderen Spielern nicht ganz so gut. Wir reden über Joust. Ihr kennt alle die Joust-Videos von mir und Belamir. Belamirs Performance scheint wohl nicht so gut zu sein wie meine. Oder wie der Random, der immer feedet. Obwohl er der ist, der mit mir zusammen das Spiel immer carriert und er auch immer die Carry-Rolle übernimmt. Damit meine ich nicht, dass er carriert, sondern dass er den Hunter oder den Mage spielt, der die Leute dann One-Hit-Burstet. Und dadurch, dass ich dann ihn so supporte und die Leute von ihm abhalte, dass er die Leute immer killen kann, wird das Spiel gewinnen. Komischerweise ist seine Performance aber nicht gut genug. Dann hab ich mir mal seine Statistik angesehen auf Smite-Guru. Die Seite, die natürlich alles auch nicht genau anzeigt, aber doch schon etwas genau. So. Und wenn wir dann auf Belamir gehen und auf seine Leak-Performance schauen, dann hat dieser junge Mann in Joust eine 74%-Win-Rate. Eine 1915er Elo. Bei Conquest ist fast das gleiche. Da hat er 60%-Win-Rate, 1971 Elo. Und im Duel hat er 67%-Win-Rate und eine 1820er Elo. So. Jetzt frage ich mich, liebe deutsche Hi-Rez-Mitarbeiter vom Support. Habt ihr euch überhaupt mal seine Statistiken und seine Performance angeguckt? Denn wenn er ja schlechter spielt als ich und wir aber jedes Spiel zusammenspielen und er durchweg mit mir immer die besten Stats hat und die anderen Spieler immer scheiße sind, Warum soll seine Performance dann angeblich zu schlecht sein? Und warum soll ein TP pro Win und ein Elo pro Win kein Bug sein, aber in den anderen Ranked-Spielen bekommt er normale TP und normale Elo? Er bekommt nämlich pro Win 12 Elo und 13 bis 24 TP. Nur in Joust bekommt er pro Win ein TP und ein Elo und für einen Lose minus 23 und minus 40 Elo. Jetzt frage ich mich, Hi-Rez, deutsches Hi-Rez-Support-Team, habt ihr überhaupt vernünftig recherchiert und mal geguckt, ob das wirklich kein Bug ist? Weil das sind Sachen, also wenn mir ein Support sowas schreibt, ohne Witz sowas schreibt und mir sagt, mit meiner Win-Wate und so wie wir spielen und das auch in Videos schon übertrieben belegt ist, dass Belamir seine Performance nicht gut genug ist oder im Vergleich zu den anderen Spielern nicht gut genug ist, dann ist das für mich einfach nur eine Ausrede dafür, dass das TP-System bei Hi-Rez nicht funktioniert. Nicht immer funktioniert. Und dass schon oft an dem TP-System rumgeweckelt sind und wir nicht die Ersten sind, die sich darüber beschweren, sondern Dutzende Leute sagen, dass das TP-System scheiße ist und das auch schon pro Player gesagt haben, dass das ein Fehler ist, wie das TP-System funktioniert. Weil auch ein Streamer hat gesagt, der hat sich mit dem englischen Support auseinandergesetzt, das ist ein englischer Streamer und der hat gesagt zum Beispiel, dass Hi-Rez seinen Account gefixt hat, da das ein TP-System ein Bug ist. Weil man kann mir nicht erzählen, dass die Performance dauerhaft schlecht bleibt und man deswegen ein TP bekommt. Also das ist, in meinen Augen, der deutsche Hi-Rez-Support hat überhaupt null Plan. Null Plan. Also da musste ich richtig lachen. Als ich das gelesen habe, Belamir, seine Performance ist im Vergleich zu den anderen Spielern nicht ganz so gut. Wir haben ja Dutzende Videos, Freunde. Ihr schaut ja jetzt geradezu. Wir haben ja Dutzende Videos auf meinem Kanal, die zeigen, wie ich und Belamir zusammenspielen und wie wir manchmal Leute in den Arsch fingen. Und nicht nur manchmal, sondern zu, sagen wir, durch unsere Winrate geteilt, durch 70 bis 80 Prozent der Fälle treten wir den Leuten richtig in den Arsch. Und dann kann mir keiner sagen, dass die Performance im Vergleich zu anderen Spielern bei Belamir nicht gut genug ist. Das ist der größte Bullshit, den ich hier in meinem Leben gesehen habe. Ja, aber das ist der deutsche Hi-Rez-Support. Das Ding ist, wenn man den englischen Support anschreibt, bekommt man da komplett andere Antworten. Und da sind dann auch Leute gewollt, sich darum zu kümmern, komischerweise. Bei dem deutschen Support ist das nicht so. Und wenn man jetzt zum Beispiel so ein TP-Problem hat, ich schreibe halt immer direkt bei Twitter irgendwie Community-Manager an oder sowas, weil da definitiv schneller geholfen wird als irgendwo anders. Und da muss man sich nicht anhören, dass man angeblich von der Performance her zu schlecht sei. Naja, das war's. Dann nochmal, wie gesagt, wieder auf das alte Thema zurück. Ich hoffe, ihr konntet euch mal ein bisschen todlachen. Jetzt auf das andere Thema zurück. Danke, wie gesagt, nochmal für den Support und so, dass das bei euch so gut ankommt. Und schreibt mal auch in die Kommentare, was ihr davon haltet wegen Joust. Road to Glory. Wir machen es trotzdem, ob ihr das jetzt wollt oder nicht. Aber Road to Glory, Joust wird auch kommen. Und wir wollen einfach mit diesem Projekt einfach nur beweisen, dass man, wenn man zwei gute Spieler hat in Conquest und in Joust, einfach Diamond erreichen kann. Man kann es einfach. Bei Conquest wird es definitiv länger dauern als in Joust. Das wird definitiv klar sein, weil es einfach teilweise manchmal in Conquest unmöglich ist, drei Vollidioten oder ein AFKler in Conquest zu drücken. Das geht absolut nicht. Beim besten wenig. Da können wir auch so gut sein, wie wir wollen. Gerade wenn das in die höhere Elo dann geht, wo wir ja jetzt schon fast drin sind, das wird einfach hammermäßig schwierig. Ich will auch das Profil von mir nicht zeigen, weil sonst würde ich euch jetzt schon mit diesem Video spoilern. Wir haben ja die zehn Matches schon fertig, in was wir sind. Ihr könnt natürlich jetzt, dadurch, dass ihr wisst, was für einen Namen wir auch haben und so, könnt ihr nachgucken. Aber dann spoilert ihr euch ja selber und dann wisst ihr ja am Ende schon, wie alles ausgeht. Deswegen würde ich das lieber lassen. Und wie gesagt, danke nochmal an die Leute, die immer so liebe Kommentare schreiben und sagen, die finden das Video nice. Und mein Brate Mikulowitsch, wie heißt der? Warte mal. Äh, wo ist er hier? Ich weiß seinen Namen immer nicht auswendig. Das ist so ein langes, aber auch glaube ich Jugo. Serbischer Zigeuner. Muss mal kurz gucken, ne, sein Name hier. Ich muss ihn jetzt einmal erwähnen. Genau, und jetzt, wenn man irgendwas machen will, dann lädt es Google Plus nicht, weil Google Plus so gut ist. Genau, Dragan Milonkowitsch. Mein Brate. So, danke auf jeden Fall für die ganzen Aufrufe, das Angucken, das Kommentieren, bla bla bla. Wenn noch irgendwas ist, schreibt es in die Kommentare. Ich werde es nicht berücksichtigen, aber versuch es trotzdem. Ich lese mir auf jeden Fall immer alles durch, auch wenn ich nicht immer antworte auf die Kommentare, weil es gibt manchmal Sachen, die muss man einfach nur stehen lassen, so. Da gibt es einfach, den Leuten kann man nicht mehr helfen. Wisst ihr, wie ich meine? So, danke fürs Zusehen. Danke, dass ihr euch meine Stimme wieder angetan habt. Und am Ende mache ich nochmal Monta Monika Solo für euch. Ich bin nämlich besser geworden. Ich trainiere jetzt. Ich nehme Monta Monika Unterricht schon seit, ich habe schon zwei Stunden hinter mir. Und ich bin halt schon richtig gut. Ich spiele euch jetzt das Lied vom... Der Junge mit den kleinen Performance. Danke schön. Wenn das kein Daumen hochwerk ist, dann weiß ich auch nicht. Wir sehen uns im nächsten Video. Road to Glory. Und tschüss. Aber ich lasse. Wir sehen uns im nächsten Video.